herzlich willkommen zu einem neuen shop video wenn ich die videos dir gefallen würde ich mich riesig über ein abo freuen außerdem bewertet kommentiert und teilt natürlich gerne dieses video und schaut auch gerne auf meinem türkisch kanal vorbei link dazu ist einer video beschreibung und ich würde sagen wir schauen uns jetzt den item shop an heute haben wir wieder ein liebes ranger drin der war ja schon mal im shop und war dann die letzten tage wieder nicht mehr im shop und auf der linken seite haben wir den naschmann skin heute müsste ein neuer skin glaub ich sein ja kapitel 2 season 1 dann ist auf jeden fall neu das ist sogar ein reaktiver skin der sendet eliminierten gegnern eine zuckersüße nachricht ich würde den skin gerne mal ingame sehen wie die ob das wirklich dann so funktioniert also wenn man gegner eliminiert kommt dann auf den screen einfach so eine nachricht oder ist es dann nur im killfeed unten ist auf jeden fall eine sehr interessante der reaktive aktion die das macht das gibt so bei keinem anderen skin finde ich auf jeden fall ganz cool dass da mal wieder neues gehen ist und der hat auch zwei zwei verschiedene stile ist auf jeden fall interessant dann habe als nächstes die herzschlag spitzsacke klassischer armor file passend heute natürlich auch zum valentinstag dann haben wir kuschelbeauftragte kuschel airlines kuschelkallen die kuscheltarnung und dann auch bearforce one der ursprüngliche gleiter von dem skin dann haben wir als nächstes schädeliner mit dem herzstil auch noch dazu dann haben wir die schlecker schädel lackierung ist heute neu sieht auch eigentlich ganz cool aus ist er schon wieder nicht animierte seltene lackierung was immer ein bisschen teuer ist für eine nicht animierte lackierung dann aber wahre liebe wahres herz küsschen einfach in jedem in jeder sache hat sie irgendetwas mit so liebe zu tun aber noch den tag traum im mode und im liebe und krieg stoppt den harlequin skin mit der panstein harley hat da spitzhacke dann haben wir das metallmasten paket mit dem seite und eisen franzi skin sowie den stachelkolben als spitzhacke dann haben wir den liebe sonne skin mit dem standard und dem violettstil da haben wir die herzensbrecherin den ex skin den liebesranger den rosy skin und dann noch schweres herz als spitzhacke heute also ein xxl liebe shop nicht die kriegsseite eben halt außer hier metallmasten paket aber der rest hat alles eben halt etwas so mit herzen zu tun einfach mit liebe passend jemand zum valentinstag ich hoffe euch hat dieses video auf jeden fall gefallen und ich hoffe wir sehen uns dann im nächsten video wieder bis dahin ciao